. 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 Das sieht so witzig aus. Hast du ihn getroffen? Ja du lustiger! Jetzt weisst du wieso ich so langsam gefahren bin. So. Hattest du noch sonst gesilft? Nein. Alter! Hörer Wichso! Hörer verdammter Wichso! Hörer verdammter Wichso! Du weisst jetzt schon wieder. Keine Ahnung mehr. Hörer! Es ist noch einer. Den musst du auch hängen. Oh wow, dein Auto sieht auch schon recht. Oh fuck! Hörer! Was trinkt denn nichts? Du musst oben nach sein. Ah, ich meinte dann kommt man wieder rauf. Wir haben nur ein Teamleben oder was? Also einfach wenn einer stirbt. Dann ist es vorbei. Nein, da steckt noch einer ein. Aber die anderen können nicht einsteigen. Ja, ja. Ja, aber da kannst du ja fast nicht sterben. Nein. Ahhhh! Gut. Alt ist jetzt nackt gewesen. Bitte nicht zum. Ahaa! Jetzt kommt es wieder zur Regisserei, glaube ich. Nein, ich nicht. Ich glaube es. Ich begifte zum Geschäft der Gegner in El Buro Haidt. Nein, ist eben nicht gut, Mann. Jetzt sterben wir sie hier. Ich nicht. Ich aber! Oh, hier geht es hoch. Ja, fahr nicht gleich den Straub her, Mann. Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Ja, ich bin ja am Bremsen! Däh, Mann! Ich muss doch schnell einen Panzer anlegen. Schwer ist der Panzer und so. Karabiner! Ich könnte das Panzer eigentlich auch anlegen. Wie geht das? Inventar? Inventar, ja. Warte, hier ist Panzer und... Schwerer, ich habe ja gar keine. Jetzt habe ich doch 500 Cash ausgeben für den Scheiss. Anzeigen. Schwer ist der. Ich habe keine Ahnung, ob mir das jetzt etwas bringt. Alte, geht es schon los? Ich habe schon mal angefangen. Wie kann man sich da... Nein. Wieso fliegt das hier eigentlich nicht? Ja, das ist in der Luft. Zerstören die Müllwagen! Schwerer. Ich habe ja zuerst mal die verdammten Mangos. Fehlen mir meine. Nein, nein! Alte! Ich bin zu blöd dafür. Irgendwann davor sollte noch ein paar sein. Ja, das sind noch ein paar. Ja, das sind noch so viele. Ich bin zu blöd für den Scheiss. Irgendwann... Ich bin verdammter Pisser. So. Ich habe keine Luftbombe. Hast du noch? Ja, ja. Ich will. Dahinten hat es... Alte! Wieso geht ihr immer auf falsche Seiten, meine? Ohne Scheisse. Das ist richtig zu kurz. Das ist scheisse. Oh, ich habe fast kein Leben mehr. Ich springe Snacks fressen. Snacks? Ja, ja. Ja. Tue doch die geschehen in die Luft. Sprengen die Huren Lastwege. Ja, wenn ich überall beschossen werde. Ich habe sie schon nicht im Griff. Ja, die hängen kann ich schon nicht. Einen. Ja. Zwei. Drei. Eiii. Was ist das denn? Scheisse, Mann. Du bist das denn? Du bist das denn? Scheisse, Mann. Hey. Handlich. Du bist ein ganzes Betrachter. Ja, je. Du bist das denn nicht. Ja, du bist jetzt hier noch neben dir. Ja, dann schiesst sie noch neben dir. Er ist jetzt auch so klein, oder? Was soll das jetzt noch ein bisschen tun? Der Boss, Philippe! Der Boss, Philippe! Das ist doch so! Fahre! Ich bin dran, Mann. Lass mich. Warte, ich sehe ihn. Passt schon. Da kannst du auch mal überfahren. Er ist verdammt am Flüchten. Wo ist er? Aha! Ich habe ihn gar nicht gesehen, Mann. Erschuldigung am Laufen. Ja, ich habe das ganze Auto erwartet, weißt du. Das ist so geil, so viel Cash. Was anderes. Gefällt mir. Ja, ich würde sagen, mach mal.